In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wie du einen gleitenden Durchschnitt an einem Aktienkurs in Microsoft Excel erstellen kannst. Dazu habe ich folgendes vorbereitet und zwar anhand einer Aktie, die Microsoft Aktie, habe ich die historischen Börsenkurse von Schlusskurs, Hoch, Tief und auch die Eröffnung. Wir sehen, dass dieser Zeitbereich die letzten 180 Tage umfasst und diese möchten wir nun in einem Diagramm darstellen mit einem gleitenden Durchschnittskurs. Wir gehen folgendermaßen vor. Zunächst erstellen wir das Diagramm bzw. den Chart dazu. Gehe ich folgendermaßen vor. Ich selektiere die Daten und wähle unter Einfügen entsprechend unsere Darstellung. Und zwar hier der Eröffnungshöchst, Tiefst und Schlusskurs. Zu beachten ist, dass diese Reihenfolge exakt eingehalten wird, damit das Diagramm auch die positiven als auch die negativen Kurse interpretieren kann. Ich bestätige mit OK und erhalte nun dieses Diagramm. Als nächstes werden wir dieses Diagramm etwas aufbereiten. Und zwar werden wir zunächst einmal versuchen, die Achsendarstellung sauber einzustellen. Und zwar gehen wir hier auf die vertikale Achse und werden dort das Diagramm auf 250 als Minimalwert angeben und etwas größer machen. Als nächsten Schritt möchte ich dann noch die negativen Balken farblich markieren. Und zwar kann ich das, denke ich, hier unter der Farbe. Die negativen sind rot und die positiven grün, so wie man es öfters sieht. Und wir erhalten nun bereits unser Diagramm mit dem entsprechenden Kursverlauf. Nun, zu guter Letzt, wie versprochen, werden wir nun den gleitenden Durchschnittskurs ergänzen. Dazu selektieren wir das Diagramm und erkennen hier oben, rechts oben, das Plus. Und darin kann ich dann noch eine Trennlinie selektieren. Wenn ich diese selektiere, habe ich noch die Option zu definieren, auf welcher Basis ich diesen gleitenden Durchschnittskurs erheben möchte. In meinem Fall möchte ich das ausschließlich auf den Schlusskurs. Daher wähle ich dieses aus und erhalte nun eine lineare Darstellung. Was wir aber haben möchten, ist ein gleitender Durchschnitt. Das bedeutet, es gibt hier noch ein weiteres Fallsymbol und dort können wir den gleitenden Durchschnitt auswählen. Ich bestätige hier mit dem Schlusskurs und habe sozusagen nun zwei Linien. Um hier etwas aufzuräumen, gehe ich wie folgendermaßen vor. Diese Linie kann ich nun wieder löschen und den gleitenden Durchschnittskurs, diesen werde ich entsprechend anpassen. Also ich kann hier in der Grafik diesen selektieren. Andernfalls lässt es sich im Diagramm unter der Reihe Schluss und Trendlinie 1 konfigurieren. Standardmäßig ist hier die Periode 2 hinterlegt. Das bedeutet der Durchschnittskurs der letzten zwei Handelstage jeweils. Und ich möchte diesen auf 20, um ein besseres Verständnis für den Kursverlauf zu bekommen. Zu guter Letzt werde ich auch hier grafisch diese etwas anpassen und zwar möchte ich hier die Farbe Blau und eine kräftigere Stärke. Wie du siehst, kannst du so entsprechend zu deinen Analysen einen gleitenden Durchschnitt auf Basis historischer Kurse in Microsoft Excel erstellen. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Und ich werde versuchen natürlich eine Lösung aufzuzeigen und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.